und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft genau mit dem kubus und dem kleinen schnittchen perfekt habe ich schön gesagt das hast du das habe ich auch lange geübt um das so flüssig rauszubekommen ich bin fast geneigt dir das zu glauben die sonne in der hülle auf kommen wir mit spaz ja das habe ich auch schon du bist ja voll im kohle raus ja ich nehme eisen mit so aber solche was sagen mir ist nichts mehr eingefallen wie man geld nur anders nennt ach so über uns guck mal das da hatten wir schon hier ist reisen jetzt nehme ich auch noch mit sind zwar nur zwei aber besser zwei jahren oh scheiße ich bin auf lava gestoßen das habe ich gehört das hat gezischt du kannst doch nicht hier unter mir weg nehmen habe ich doch gar nicht immer da weg jetzt du musst ja nicht mal daher laufen wo ich gerade arbeite ich glaube das sollten wir besser nicht direkt tun du stehst mir wieder voll in der sonne ja das mache ich mit absicht hier kann man nichts hier kriegen wir ja aber wenn du den weg nimmst fällt dir nach unten wenn ich den weg nehmen den block da siehst du ja das macht doch mal da drunter die lava ist lava lava kommen wir gucken mal hier oben hier geht es auch noch weiter hier waren wir ja eben hier geht es nicht weiter hier ist ein engpass ja dann lass uns doch durch buddh ich bin sowieso völlig orientierungslos mittlerweile da ist das doch recht wir gucken mal eben wir müssen was tiefer wie tief hätten sie es denn gern so in dieser höhe wir sollten in dieser höhe hier ungefähr in dieser höhe tief hier scheint die sonne in der höhle oder bist du das du die scheint hier aus dem wien ich habe erde ich habe erde da scheint sie die sonne in der höhle das geht überhaupt das ist ja total unrealistisch was soll das mit der ganzen erde hier eigentlich kann man jetzt mal jemand erzählen also unter mir ist ganz viel kohle überflüssig ich traue mich nur nicht die weg zu zimmern dann stelle ich ein stückchen weiter weg das geht jetzt komme ich und ich kriege was auf den kopf das kann sein nein so wir müssen mal gucken wo wir hier hin kaspern wir höhlen gerade alles unter unserem wir sind irgendwie wieder unter unserem ein dingster haus echt ja ich hier ist offen monitor also auf der karte das ist wieder voll toll voll toll voll toll dies ist noch ein anderes Prozent für kurze Geld ist dies genau hieß die Kies Blüte hatten wir schon oder Blüten aber das ist ja Falschgeld das gilt ja eigentlich nicht nee das gilt nicht wir sind wieder unterm haus Moneten genau Moneten Zaster hatten wir schon schon dreimal glaube ich sogar mittlerweile wo bist denn du auch dahinten hinter dir ich bin mal einfach hier nebenan in der hoffung dass ich woanders noch was finden könnte ich bin mal einfach ab sind wir auf der richtigen höhe schätzelei ja sind wir eigentlich das ist ja auch kein schwein aber ich bin sonst nichts schade meine Güte wie weit vorne bist denn du alter Schwede ich hab die Turbospitzhacke dabei aber übelst aber so richtig übelst ach du bist nach rechts abgebogen ja gut ich guck mal wo wir hier rauskommen ja mach mal aber im Moment tut sich da nichts ja das könnte noch was länger dauern mhm auch Redstone gefunden auch kein Mensch so alter Schwede was denn ähm Steinkoller ja hier ist nur Stein ne wir kommen auch nirgendwo raus irgendwie ne irgendwie nicht ne was sagt dein Kärtchen ja ja gleich kommt irgendwie Lava aber nicht so viel ok ne es ist Erde Lava? Erde Lava Erde Lava Erde Lava Erde hier kommt nichts mehr ich werde hier angefunkelt vom Redstone also ich bin gleich in Höhe der Lava da müssen wir mal gucken das ist ja echt doof jetzt hier ja es kommt nur Steine ich glaub wir haben die falsche Richtung eingeschlagen sieht fast so danach aus warum bist du auch nach rechts abgebogen äh ich hab nen Gang getroffen den wir schon mal benutzt haben glaube ich echt jetzt? ja nicht im Ernst doch ich komm mal zu dir hallo hallöchen popöchen hier können wir nämlich runterlaufen komm mit ist ja lustig obwohl hier ist noch reisen war das vielleicht bei der letzten Höhlentur oder so? ich weiß es nicht ich hab mich an den Gang jetzt spontan nicht erinnern können wir folgen dem mal ja machen wir mal ne gucken wir mal hier ist Redstone Kohle also das ist eindeutig ähm ne der ist nicht von dem Kugus äh warte mal hier ist Schluss bedingend ja vielleicht hast du da ja dann wieder umgedrückt du bist ich hau jetzt mal die ganze Erde hier weg tja aber hier ist nix außer Kohle ist hier nix tja also ich hab jetzt zwei Millionen Blöcke Kohle äh zwei Millionen Blöcke Kohle jetzt übertreibs aber ich leg jetzt hier alles frei mach mach ich auch hier ist aber nichts ich hab nichts gefunden oh warte ich komm zu dir dann streichel ich dir übers Köpfchen das ist aber nett buddeln hier grad nach unten eine kleine Höhle weil hier ist alles voll mit sag mal schnell ich buddeln mich jetzt einfach mal geradeaus weiter so ich höre Wasser ehrlich ja ist das gut oder schlecht das weiß ich noch nicht ob das gut oder schlecht ist echt wo sind wir jetzt waren wir hier auch schon mal hier waren wir auch schon mal hier ist auf jeden Fall Wasser Hilfe wo bist du ach da ja ich höre es auch hörst du es ja und jetzt gleich kommt ganz viel Lava irgendwie Lava Lava mhm entweder ist die über uns oder die ist noch tiefer die Lava was wollte ich vorhin eigentlich noch mal gesagt haben weiß ich nicht sag du einfach mal es ist äh ach ja typisch Kubus Architektur so ein Gang hier warum weil du immer so zwei weg haust und durchlatscht beim buddeln weißt du aha so aber ich komme hier auf keinen grünen Zweig das würde mich auch wundern wenn du hier unten auf einen grünen Zweig kommen würdest Eisen soll ich dir was sagen Eisen ich weiß ja nicht wie tief wir sind wir sind aber meine Spitzhacke ja und ich habe keinen Ersatz dabei ich kann dir aber ne äh ja ich hätte äh ne kann ich ich habe kein Crafting Table sonst hätte ich dir einen gemacht ich habe nämlich äh Stickys dabei Holzhammer auch nicht ne ne aber ich habe noch die Eisenspitzhacke die kann ich dir zur Not noch geben meine hält noch ein bisschen die hält wahrscheinlich nicht ganz so viel aus ne ne ich habe eine neue Höhle gefunden du da du da mit Lava so so du gehst rechts ich geh gerade aus weiter ja ich hab viermal mal gucken was hier so ist ach ach wie geil ist denn das komm mal gucken also entweder ist das von uns vom Haus komm mal her ja warte ich habe Diamant gefunden Pifi komm mal hier echt? ich müsste ein Diamant holen ne das ist Eisen oder nicht ja ist das Eisen schade Pifi bei Fuß warte ich muss erst mal gucken hier ich habe mein Mann gefunden dann warte ich muss mal eben hier ja ich muss euch gerne zeigen das kannst du mir jetzt auch vor zeigen ich komm ja schon sehr schön ja sei brav und folg dem Mutti ups wo willst denn du hin? ja ja jetzt zeige ich dir guck mal da oben ist das von uns? nein das ist eine Mine und guck mal hier ja Mine Mine wir haben eine Mine gefunden guck mal Mine Mine komm mit wo bist du? ich bin gefangen du bist an mir vorbeigelaufen wieso ich hänge im Spinnennetz Hilfe hilf mir doch warte hier hinten ist Pilz da ist das Wasser und Eisen ich habe eine Lore gefunden und ein Diamanten drei Eisen und vier Melonenkerne sollen wir die Lore mitnehmen? ähm ich habe Angst guck mal hier soll wir die mitnehmen? da ist nichts mehr drin da waren ein Diamant weiter drin drei Eisenblöcke weiß ich nicht wir haben ja schon eine Lore die Eisenschienen können wir aber mitnehmen ja die baue ich ab genau mach mal so komm wir gucken mal hier oben weiter du baust da ab ich gehe hier rum ja hier hinten ist das Wasser äh so hier ist nichts mehr ja dann komm mal hier da hinten ist das Wasser rechte Seite links gibt es nichts hier komm mal hier was? komm mal Schnee ja Entschuldigung ach so Entschuldigung ich glaube es immer nicht Wasser habe ich doch gesagt guck guck Eisen was ist denn hier? Eisen ich nehme das mal alles mit ja? aha neige Frau junger Mann so wohin denn? sollen wir mal das Wasser da ist die Lore da waren wir schon warte mal ich gehe um die Ecke ich gehe mal hier am Wasser um die Ecke kommst du mit? wo denn? ach da denn? lass mich bloß nicht allein komm mit ja ja hier ist noch mehr Eisen ja weißi und hier ist irgendwie Tote Hose und Apresinazony und Kohle wow was haben wir denn hier oben? das weiß ich nicht da unten sind noch ein paar Schienen ein paar viele Schienen oh cool ja warum läuft der immer weg vor mir? ich komme doch wieder ich wollte nur mal gucken ja dann wollen wir mal nach unten gucken wo die Schienen sind? ja ich gehe runter ich bin auch und was ist das denn aus dem Pilze? hä? was ist denn das hier unten? dum 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 bloß Eisen tja mal gucken ob wir noch was finden Ja, aber ich finde das auch irgendwie immer beängstigend. Echt? Irgendwie schon, ich weiß auch nicht warum. Warum denn? Ja, keine Ahnung. Wir brauchen doch Holz. Ich dachte, dass alles zusammenbricht. Ja, das können wir aber auch machen. Das ist eine gute Idee. So, dann können wir uns nämlich... Sollen wir uns vielleicht auch Zaun klauen? Dann könnten wir schon mal ein Crafting-Table machen. Ne, brauchen wir nicht. So, wenn deine Spitzhacke kaputt geht, haben wir genug Holz. Oh, hier ist noch mehr Wasser. Hier ist mehr Wasser. Ihhh, das ist ja was salzig. Ich komme hier gar nicht durch. Echt nicht? Also ich gucke, ob ich das Wasser abgestellt kriege. Ja. Hahaha. Hast du sicher? Ja, klar. Ja, sicher. Habe ich gemacht. Ja, klar, natürlich. Ach, Kudos. Spatzel, wo bist du denn jetzt schon? Ja, ich komme ja schon. Ich bin ganz rigoros, was das Holz abbauen angeht. Verstehst du? Nicht so wie du. Okay. Hey. Hier war man glaube ich schon, ne? Das weiß ich nicht. Hier ist Ende. Hier ist nichts. Halt! Ne, du brauchst kein Holz mehr. Wir haben genug Holz. Ja, aber wir können doch auch für Zuhause welches geworben, oder nicht? Was ist denn das für Holz? Eichenholz? Na ja, gut. Ne, lass hier. Komm, wir gehen hier. Hier ist Eisen. Hier ist Eisen. Soll nicht gehen? Zu mir. Eisen. Na mal, wo willst du hin? Schwupp, geht denn ne Etage tiefer. Ja. Du, 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 du. Okay. Ich bin immer hinter dir. Wenn du was an deinem Popo spürst, dann bin ich das. Oh, hier ist Gold. Ja, ich sehe es. Okay. Willst du es haben? Ja, ne. Ja, ne. Doch, komm, wir nehmen das mit. Ja, wofür denn? Weiß ich nicht, haben wir es. Wir haben es. Was wir haben, das haben wir. Aber wir kriegen das, wissen wir nicht. Du stehst auch auf Gold. Ich weiß. Ich wollte es nur sagen, Entschuldigung. So, hier ist wieder Gold. Wow, hier geht es aber ganz schön. Hier ist wieder Wasser. Aber hier kommen wir nicht weiter. Eine Quäle. Eine Quäle. Ja, ich glaube, wir müssen wieder zurück, ne? Ja. Was machst du denn jetzt für ein Blitzchen hier? Eisen. Du hast Eisen gefunden. Ich buddel hier. Ja, ich sehe das schon. Und lässt sich so treiben, nicht wahr? Ja, ich hänge fest jetzt. Sag mal, auf welcher Tiefe sind wir? Warte. Ich kann gerade nicht gucken. Ich hänge hier. Ich hab... Ne. Ach, schade. Ich hab die nicht. Ich hab gesagt, wir sind auf Tiefe Nummer 18. Wir sind zu hoch. Zu hoch? Ja, wir müssen noch tiefer. Ich mach mal, bis du den dann da benutzen bist. Ja, ich komme. Wumm, wumm, wumm. Lass uns mal weiter schnöwen hier. Schnöwen. Wie lustig. Ja, Minen, Minen ist geil. Minen ist geil. Hopp. Komm, wir gehen mal hier hinten rüber. Da ist Licht. Ja. Wo ist denn hier Licht? Hier ist Licht. Da hab ich schon ein bisschen abgebaut. Aber danach hast du mich dann gezwungen zurück zu rennen. Hier sind noch Schienen? Ja. Warte mal. Was denn? Hier auch. Guck mal hier. Da ist irgendwas dahinter, ne? Ah, guck mal. Warte. Wie lustig. Oh, hier ist ganz viel Wasser. Oh, geil. Hier sind Anominen. Wo denn? Hier. Da. Oh, cool. Blub. Und Eisen. Und hier wächst Gras. Oder so. Wir müssen noch tiefer, oder nicht? Hier wächst tatsächlich Gras. Ja, komm mal mit. Wo bist du denn? Ah, guck mal. Ich hab hier eine Höhle gefunden. Ich auch. Wo ist denn deine Höhle, wenn ich fragen darf? Ja, die ist das. Okay. Die ist cool, ne? Ja. Und hier geht's wieder noch tiefer. Warte. Ich komme. Ich folge dir. Ah, Feuer. Und Kisten. Oh, mach das kaputt. Ja. Was ist denn das? Eine Schallplatte, Schwarzpulver, Weizen, Faden und Sattel. Eisenbahnen und Sattel. Einen Sattel habe ich ja noch. Ich auch. Faden. Was willst du? Nehmen wir mit? Da brauchen wir eigentlich gar nichts von, ne? Weizen? Ja. Schwarzpulver? Ne. Also ich lass das hier. Und Schallplatte auch nicht. Ne. Hier haben wir mal komische Texturen bei mir. Guck mal. Hä? Das hier witzig aus. Okay. Hier unten ist dann nichts mehr. Wieso hat das so witzig aus? Guck mal hier oben ist auch noch was. Wenn du hier reinkommst. Ja, ich seh das. Durch das Wasser. Und guck mal hier hinter uns. Ja, ich versuch mal hier hoch zu kommen. Warte, ich nehme mal hier die Dinger mit und dann komme ich zurück. Ich bin drinnen. Da ist Lava. Hier ist nichts mehr. Hier ist Lava. Deswegen ist da auch so hell, ne? Mhm. Und? Ja, wesisch noch nicht. Da ist die Mineüberflut und hier geht's wieder nach unten. Oh, geil. Hm? Wo bist du jetzt? Ich bin grad wieder Schienen am abbauen. Bist du weiter durchge... äh, ähm, durch? Hier ist noch mehr, ja? Ja. Genau, hier unten bin ich. Hier. Ja, komm ich. Hier, komm ich. Hier geht's noch tiefer runter, aber da ist nichts mehr. Auf welche Höhe müssen wir denn jetzt? Sag doch mal was. Vielleicht bleiben wir dann mal in so einer Schaff. Ja, wir sind jetzt auf 21. Und? Wir müssen? Ja, so 12 bis 11. Guck mal hier sind ganz viele Gänge noch. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, wir sollten gleich mal eine Pause einlegen. Oh, ich habe schon wieder so ein Ding gefunden. Du hast ein Ding gefunden? Ach, ein Ding! Ich habe kein Schwert. Ne, das macht man nicht mit der Dings. Ja, ich weiß auch, aber da haben wir nichts. Ne, wir brauchen jetzt besser ein Schwert mitgenommen, wir Deppen. Ja, eins haben wir noch. Warte, aber nicht dabei, oder? Nein. Leider nicht. Das war jetzt glaube ich nicht ganz so eine elegante Idee. Die war super. So, pass auf jetzt. Ich gehe jetzt von hinten rum dran. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann wieder nach Hause kommen, bevor wir... Ach ne, wir haben ja heute so ein Crafting-Table. Das geht alles nicht. Ne, weil ist von vorne und hinten und oben und unten alles voll mit Spinnenweben. Warte mal, ich mache uns mal eben ein Crafting-Table. Richtig. Und dann machst du mal eben ein Schwert, nicht? Hier, komm mal her. Ach, ne. Warte. Duck, 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 duck. So, ich setze, ich setze ihn jetzt mal eben hier hin, so. Trotzdem jetzt gleich mal feiern. Ja, wir machen jetzt feiern. So. Hey, mon ma, pipi. Wann sind wir endlich da? Und ich habe Hunger. Ich habe Hunger, aber ich muss das noch eben hier oben töten. Ja, machen wir. Wir spielen ja auch friedlich, da passiert doch nichts. Nein, ich will das haben. Ach so. Warum willst du das denn haben? Da gibt es doch nichts Besonderes, oder? Bäm. So, jetzt würde ich hier noch durch eben gucken. Ja, mach mal die ganzen Spinnenweben weg. So, Patsch, 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 Kuchen. Da ist nämlich bestimmt noch was dahinter. Der Kubus hat gerufen, ne? Aber ganz viele Fäden können wir jetzt mitnehmen. Ja, aber brauchen wir das? Nee. Was machen wir damit? Weiß ich nicht, aber das ist cool. Ach so, okay. Ich bastle mich in den Mann durch. Ich brauche mich hier so nicht. Warum komme ich denn hier raus? Ich möchte die Fäden durchkämpfen. Ich sammle hier natürlich die Fäden alle ein. So, ich bin hier einmal durchgelaufen. Boah toll, das hat sich richtig gelohnt. Ja, einmal im Kreis gelaufen. Uh, pass auf, sonst kriegst du einen heißen Doppel. Mhm. Über dir ist Gold. Tschö, Lava. So, warte. Jetzt gucken wir auch eben um die Ecke und dann machen wir Schluss. Geh mal weg jetzt hier. Wie geht da nicht weg? Doch, jetzt aber. Ach, hier ist Wasser. Und hier geht's wieder runter. Hier ist Öde. Ja, hier geht's nicht weiter. Ach, da ist ja auch unser Kraftding-Täbel. Den nehme ich aber jetzt wieder mit, ne? Ja, genau. So, und dann machen wir Schluss für heute. Putsch. Ja, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder mitnehmen. Ich kann den nicht mehr mitnehmen. Was? Was kannst du nicht mitnehmen? Du hast den Kraftding-Täbel eingepackt. Guck mal. Ja, hab ich. Warte mal, die ganzen Fäden schmeiß ich weg. Oder brauchen wir die? Nee. Nee, nee. Gut, weg damit. Also hier oben geht's auch noch irgendwie weiter. Boah, cool. Oh, toll. Sag mir nicht wieder Fäden ein. Wo bist du? Oben. Wo ist oben? Oh, ich habe eine Lore gefunden. Komm mal hoch. Ja, wo denn hoch? Ja, hier. Achter Schwede, hier. Ja, ich gehe hoch. Aber da bist du gar nicht. Hier bin ich. Wo bist du? Dumm. Aua. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich sehe dich gar nicht vor dir, du Kuckuck. Vielleicht riss ich mal um. Ach, du bist unscheinbar. Komm mal mit. Wie du Arsch. So was sagt man doch nicht. Unscheinbar. Ja. So was möchte eine Frau bestimmt von einem Mann hören. Du bist so unscheinbar. So. Und wir haben noch mal zwei Eisenbahnen gefunden. Und den Rest brauche ich nicht. Das ist sehr schön. Das brauche ich auch nicht. Okay, dann machen wir jetzt an dieser Stelle hier Schluss. Ja. Machen wir. Machen wir, ne? Machen wir mal. Du bist echt ein Spielchen. Du findest nie ein Ende, ne? Ne, ich finde kein Ende. Wo bist du denn jetzt? Hinter dir. Menschenskenner noch mal. Du musst eben die Schienen mitnehmen. Und dann machen wir Schluss. Dö lu 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 lu, scheiße. Wir machen mal eben. Und dann mach ich Schluss. Und dann mach ich noch eben dieses und jenes. Okay. So, und an dieser Stelle mach ich jetzt wirklich Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mal Minecraft wieder. Bis dahin. Tschö. Tschö. XIAIT embracing.